Ja, servus, grütti, hallo und moin moin, Burkhard Huber, Kadu, euer HJ Hannover Marathon Botschafter hier aus Euten bei Bremen. Heute ist Freitag, sagen hey, und ich sind wieder unterwegs, unsere Trainingsrunde in meinem Laufvlog, 1000 Kilometer bis zum Marathon. Und was ich heute zu berichten habe, das seht ihr sofort, gleich nach dem Intro. Servus, grütti, hallo und moin moin. Ich muss sagen, auch hier hinter dem Intro ist es nicht wärmer. Yeses Maria, das Laufen fällt mir total schwer, weil die Temperaturen, wir haben minus 4,5 Grad, aber es fühlt sich so kalt an, gestern auch schon. Ich konnte nicht die Kamera rausholen, die Finger frieren mir ab, ich habe Handschuhe an, die Luft schneidet im Gesicht. Dass es im Moment gar keine Freude ist zu laufen, aber ich muss ja mit meinen Kilometern weiterkommen und hier auch ein kleines Update geben, wie es in meiner Laufserie ist. Wie gesagt, nächsten Monat ist der Viga Marathon und da bin ich dran am trainieren. Großes Ziel natürlich, 7. April Hannover Marathon mit euch gemeinsam und 1000 Abonnenten den zu finishen, aber das Training für den Marathon ist der Marathon und im nächsten Monat fahre ich mit zusammen nach Sevilla, Spanien. Und ich hoffe, dass wir dann deutlich besseres Wetter haben als hier. Ich kann kaum reden. Meine Lippen frieren fast. Gleich wieder arbeiten gehen. Die Tage ist wenig. Der Tag fühlt sich gefühlt dann total kurz an. Man schafft alles nicht. Ziemlich viel Stress, ziemlich viel Druck, den ich mir hier auch selber mache, neben Arbeit und den ganzen Videoprojekten. Ich wollte nur ein Update aus der Tundra von Euten bieten hier. Und ja, sonst gibt es nicht so viel zu vermelden. Kriege ich viele Reaktionen, aber habe Verständnis, dass ich im Moment nicht so viel schnacken kann. Gestern drei Kilometer, heute wird es auch eine Fünfer, also buche ich mir heute acht Kilometer auf, auf meinem Laufstück. 1000 Kilometer bis zum Marathon. Sagen wir, ihr habt ein Date. Und jetzt gehe ich erstmal zum Bäcker. Frühstück. Ich wünsche euch allen einen tollen Tag. Kurz, knackig, prägnant. Beste Wünsche heute aus Euten bei Bremen. Und denkt dran, kommt selber gut ins Laufen, auch wenn es ein bisschen frostig ist, damit ihr auch konditionell aufbaut. Alles Gute, alles Liebe, macht weiter so. Danke fürs Zugucken, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und wenn ihr noch nicht habt, tut mir einen Gefallen. Abonniert den Kanal hier oben und laufen die anderen Videos ein. Ich brauche euch. 1000 Abonnenten bis zum 7. April ist mein erklärtes Ziel. Hier auf meinem kleinen YouTube-Kanal. Alles Gute, bis dann. Tschüss und wir sehen uns vielleicht morgen übermorgen wieder. Je nachdem, wie schnell aktuell ich bin und wie das Wetter für mich wird. Auf geht's. Danke. Ich brauche Frühstück. Los geht's. Yeah, ciao. Haha. bet Ich brauche ihm zum mal sehen. Für mich ist es, wie ein Geschenk Beitragima ces dropsch. slap es wieder. Ich hab'rabe auch lecker. Da ist ein Tier borders nebenan.